So... Ja... Kriegt man also immer Schaden... Na gut... Boah, Alter... Schon wieder Pinkies... Ich... will doch nicht... Ja... 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 Wow... Ja... Rennt einfach mir vorbei... Ich glaub's nicht... Da ist ein Schalter... Okay... Das sind schon mal wieder mehrere Türen... Ja... 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 Was... Oh... Achso... Ja gut... Schade... Ja... 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 Ich hab's einfach so zu machen wie da... Blau... Hier ist weiß... Ach... 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 Was zur Hölle... Was machen die denn da schon wieder... Okay, ich bin bereit... Mit der falsche Taste... Ich hab's nicht hingehe Har gesagt... Ich hab's auch gesagt, ich hab's nur für alle mal. Okay. Ah. Wow. Ich hatte schon die Eidequenz mit Schättigkeit wieder ab. Gut, hier ist soweit nichts außer Rüstung und da leuchtet was. Hä? Ha! Dem sind die Augen in die Hose gerutscht. Also mit diesen Alpha Maps, äh, mit diesen Lightning Maps irgendwie läuft es ab und zu schief. Das ist teilweise nach unten verrutscht, teilweise nach unten und nach rechts, links verrutscht. Also irgendwie teilweise nicht ganz übereinstimmt. Okay. Unsichtbarkeit. Kriegt vielleicht auch irgendwann mal was? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh. Aber worum ist das denn? Kann man sich bei Vanillatum ein... Ne, Quatsch. Quatsch. Irgendwann. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Woa. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Holy moly. Schindl gibt's auch keine. Oh Gott. Wow. Was? Alter. Alter. Fick da die Wand an. So, wir werden hier erstmal ein bisschen Money einsammeln. Was war das gerade? Sub-Machine Gun. Ist das die hier? Wahrscheinlich. Wo? Dachte ich schon, ich hab jetzt hier. Oh, was hat ich mit aufgenommen? Was? Was? Achso, die Zolle. Ah, wie nice. Cool, jetzt komm ich da rüber. Jawohl, komm rüber. Nice. Hoffentlich hat's das auch gelohnt. Oh, äh, ja, wir werden freundlich empfangen. Es ist hier wohl scheinbar ein DEMOKRATIEEE. Warum geht der Tür auf? Oh Gott. Was? Wer? Ich werde gerne zurück, Leute. Wo bin ich denn jetzt? Ach, nein, da geht's mir nicht zurück. Wo bin ich denn? Wo bin ich denn? So, okay. Wo. Gibt es immer noch eine Überraschung? Äh. Okay. Das ist denn, dum. Okay. Gut, bringt mir eigentlich gerade gar nichts, von daher, achso, Red Key, gab es hier irgendwas? Achja, wir haben hier den Schalter gedrückt, haben wir den gedrückt? Bin so was wird, jetzt haben wir den gedrückt, ist ein Timer-Bossierter-Schalter, oder, kann das sein? Keine Ahnung, aber wie würde wir jetzt ganz wegwärts zurücklaufen, jetzt wieder hier lang, und wir sind jetzt wieder hier hoch, bam, Gott, wer denkt sich denn sooo was aus? Wahrscheinlich hätte er auch diese Shotgun erfunden, ist ja... Backpack! Oh fuck! Also wenns genehm ist, ich nehme auch den Spurshotgun. Was ist das hier? Oh Gott! Wow, Alter! Och nö! Was ist denn schon wieder los hier? Was ist das hier? Ah Gott, bei mir... Immer wieder erstaunlich, wie viele Fücher in so einen Raum reinpassen. Ach, er ist da hinterher hinten lang. Oh Mann, Alter, ich brauche mehr. Ist ja nicht mal normal hier. Wer findet denn sowas? Ist ja wieder Munition hier aufsammelt. Ja, was war das? Ah! Ach klar, das war der Raum, von dem wir gestartet sind. Das gefällt mir. Oha! Ah! Oh mein Gott! Ah ja, da! Yay! Äh, wau. Ach so, ich kann ja mal... Wau. Och lecker mich doch. Okay, gibt's nur die eine Tür. Kann ich einfach so rüberjumpen? Ne. 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 Dann wäre jetzt die gesamte Map wieder und da hinten war ein Secret. Wow. Und mal wieder etwas, was wir nicht finden, also nicht aufsammeln können. Wegenweil... Wer runterfällt... Alter sitzt doch... Hä? Geht doch. Ah! Okay. Das mal natürlich... Yay! Wooo! Arcor! Bombastisch und so. Gut, wir werden uns jetzt einfach ein bisschen an der hier halten. Und von der liegt die derzeit am meisten Scheiße in der Map rum. So, dann wollten wir die blaue Karte holen, die war da und dann hier runter. Wow! Äh, man kann das nicht auch runterfallen. Ist nicht sehr gesund für die Knochen, aber... Stört doch keinen. Blau. Da. In Tierrichtung. Was ist denn das hier für eine Tür? Ach, es hat hier eine Tür. Er leckt mich doch. Oh Mann, Alter. Perfekt. So, habe ich meine Enemies am liebsten. Wow! Synchronstern. Ja, komm. Mach halt hin da. Ja. Oh Mann. Danke. Dachte schon, da brauch ich mir Sterbehilfe. Uau, Noe. Mit Schrotmonition benutzt, meinst du jetzt nicht die Schrotmonition wieder an die Pinkies hier verschwenden. Das ist doch hier. Alter Okay Kreuzfeuer, sowas mag ich ja gar nicht Oh, Alter Alter, ist das hier Was ist hier los? Ja, komm Danke Was hab ich jetzt geöffnet? Hallo Und was? Lebt hier noch einer? Hä? Oh, Alter Ist doch gut jetzt der Hallo? Nein Gut Als allererstes kommst du weg Goddammit Äh, nein Das Rest wäre Verschwendung Das hätte ich aber wahrscheinlich sowieso nicht aufgenommen Achso, Schalter drücken Achter, achter, schau mal einer an Und wiederum lauert Wie so ein kleiner Kinderficker hier Ach komm Alter, leck mich Was soll ich denn hier aushalten? Oh, nicht mal wieder so einer Ich hasse dich Dich und deine ganze Familie Komm her Ich kann gleich zurück Ach, gute Scheiße Alter, war doch klar Ach, boah, ich kann Oh, leck mich Wie sehe ich den Cut fest? Äh, auch mal Ich hab okay Nö Mach hin Ich hab noch Termin beim Zahnarzt Wollte ich gerade sagen Wollte ich eigentlich wo bin ich denn hier hängen geblieben egal weil ich halt jetzt versucht runter zu springen also runter drunter zu laufen hat aber nicht funktioniert und dann beim zweiten mal bücher einfach zufällig runter fallen die frage ist so das ist wahrscheinlich die secret aber als sie gedacht wenn man das aktiviert suchen wir sagen wir die gute karte die bringt uns was genau wenn man diese karten der nichts als ärger bringen das ist so aber wo ist er jetzt okay Okay. Ah, hier ist der Fall. Oh Mann, ey. Ach so. So. Dankeschön. Ähm, ja. Seht ihr das da, dieser rote Schlier? Das ist bestimmt ein Inder. Dieser roten Punkt, den wir mal haben. Du bist ja voll raus, du bist nicht. Bin ich auch. Ich bin der rassistischste Mensch, den ihr je gesehen habt. Ich habe irgendwas gegen alle Rassisten. Wow, Fall. Also ganz viele Secrets. Also, wir sind das Lager. Und ein Knopf. War das klar? Klar war's klar. Ach nö, ich weiß schon was kommt. Wir hätten das Ding vielleicht runter und da draußen ganz viele böse Gegner. Dem werden wir am besten zuvor kommen. Ha. Ihr habt's gewusst. Bin ich gut oder bin ich gut? Oh, die Frage ist jetzt. Was habe ich jetzt hier vorne? Hä? Hast du mir jetzt noch was gebracht? Ist noch was anderes mit aufgegangen? Oder war das jetzt hier einfach nur so eine Schikane? So Powered mell ich mich doch. Die Frage ist, warum kommen wir da hinten hin? Oh, okay. Da hat sich definitiv was geöffnet. Oh, okay. So gone. Ach, leck mich. So. Ich hab ein bisschen abgekürzt ja. Die ganze Shandita. Ah. Ah. Wow. Das ist ja so modern. Wow. Das ist ja so modern. Wow. Das ist nett. Das ist nett. Ähm. Was? 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 Nein. Das war so klar. Das war so unfair. Was ist jetzt schon wieder? Macht ihr jetzt schon wieder Alchemie-Kanister kaputt oder was? Kein Respekt mehr vor der... Weiß nicht was. Umwelt. Keine Ahnung. So. Die Frage ist, was hat sich jetzt noch geöffnet? Hä? Wir haben jetzt... Wir haben gerade die gelbe Karte bekommen. Was kann man mit der Sorge machen, außer die bei Ebay da hinten? Wollte gerade sagen, außer bei Ebay verkaufen. Ach ja, stimmt. Da hinten war ja diese rote Tür. Wo wir noch nicht reinkamen. So. Erstmal gucken. Umfang war noch so ein blauer... Quatsch. Blauer? Was war das richtig eigentlich? So ein ähm... Hier. Magazin für... für... Schrot-Munition. Sammle ich das halt so ein. Ist jetzt auch egal. Wir brauchen... Munition. Munition. El-Munition. Okay. Ist auch egal. Wo bin ich jetzt hier gelandet? Ach so. Uäh. 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 Danke. Uäh. Na gut. Sollte reichen. Äh. Wo müssen wir jetzt hin? In die Richtung. Genau. Ach, ich stehe jetzt noch mit. Ha. Siehst du? Machen wir alles. Alles was das Herz begehrt. Ach nein. Ach nein. Oh. Oh. So was feiges. Oh. Blau Rüstung. Das gefällt mir. Und wo ist die Falle? Sind sie ein bisschen gegeneinander die Fahrt hinten? Oh. Schau mal. Fuck. Arschloch. Und wo ist die Fahrt hinten weg? Oh. 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 Nein. Wow. Das nenne ich mal. Och ne, Alter, ernsthaft, wir haben doch trotzdem... Ne, leg mich am Arsch. Wir haben doch Schaden bekommen. Na, egal. Ich dachte, ich bin noch genau eine Frame freigzeitig genug reingekommen, aber das Spiel dachte sich so. Fuck you. So, würde ich mal sagen, same. So, vier Folge Frieden um aufgenommen, sollte dann wieder reichen. Ich glaube, mal das Wasser noch für heute. Außer ich habe noch irgendwie heute Abend doch noch, warum auch immer, Funken Interesse an Doom. Ich glaube mal nach der Schikane hier. Und morgen wieder. Will ich jetzt also anfangen zu konvertieren? Ja, doch, mache ich so. Genau, konvertiere jetzt. Da kann ich es vielleicht sogar schon mal früh hochladen. Oder vielleicht sogar schon heute Abend, das ist immer früh schon an. Keine Ahnung, ist doch egal. Ciao.